Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zur 64. Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol. Und ich darf meinen heutigen Gast, den Running Back der Swarco Raiders Tirol und ehemaligen Spieler der New York Giants, Sandro Platzkummer, recht herzlich zum sportlichen Gespräch begrüßen. Hallo Sandro, danke fürs Kommen. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ja Sandro, du bist durch die Anfänge des Jahres, nach drei Jahren, entschieden, deine Episode bei den New York Giants zu beenden und wieder zu deinem Heimatverein, den Swarco Raiders Tirol, zurückzukehren. Wie geht es dir derzeit? Mir geht es gut, allerdings ist es ein bisschen eine längere Story, wie das Ganze passiert ist jetzt drüben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich entschieden habe, nicht mehr da zu sein. Ich würde aber auch nicht sagen, dass 100% sie entschieden haben, dass sie mich nicht mehr haben wollen. Es ist irgendwo zwischendrin, es war dann effektiv, dass ich gesagt habe, hey, ich meine, erstens, mein Visum ist ausgelaufen, tatsächlich. Und ich habe gesagt, hey, ich habe in drei Jahren so viel gezeigt, ich denke, ich verdiene immer mehr Spielzeit oder generell, Spielzeit generell, ich habe fast nichts gespielt. Und ich habe auch gesagt, ich glaube, ich kann das besser und ich kann das besser und ich hätte gerne entweder, dass man die Chance gibt oder sonst bin ich lieber nicht da, aber jetzt war ich drei Jahre da und ich bin nicht wirklich viel zum Spielen gekommen. Und letztendlich hat es auch heißen, sie wollen da im Draft noch wen holen und so weiter. Und dann hat es sich mehr und weniger so ergeben, dass sie gesagt haben, wir wollen da die Chance eigentlich nicht geben. Aktuell zum Beispiel nicht. Sie haben jetzt nicht unbedingt fix gesagt, dass sie mich nicht noch mal holen würden, eventuell, das wird man nie wissen, aber so hat es gehen nicht ungefähr. Das hat jetzt quasi mit Anfang des Jahres mehr oder weniger das Ende genommen. Der Entscheidungsprozess war schon ein längerer, oder? Ja, ich meine, Entscheidungsprozess, ich kenne mich nicht aus, wie es behind the scenes abläuft. Ich habe dann schon am Ende dieses Gespräch einmal gehabt, am Ende vom Jahr, das habe ich in den ersten zwei Jahren gar nicht gehabt mit den letzten Coaches. Und da hat es halt gesagt worden, ja, super alles gemacht, dies und das. Und dann habe ich ihm gesagt, was mir am Herzen liegt. Und letztendlich habe ich eigentlich schon das Mindset auch gehabt, dass ich gesagt habe, wenn ich nach drei Jahren, nach dem, was ich alles gemacht habe für sie, wenn sie mir immer noch nicht wirklich Spielzüge geben wollen, dann will ich ja lieber gar nicht da sein. Und wenn sie es schon tun wollen, dann bin ich ja motiviert dazu. Und letztendlich dadurch, dass sie gesagt haben, ja, sie wissen nicht so recht, wie sie weitermachen, dann war ich eigentlich schon gleich mit meinem Kopf dann weg. Da war ich wieder in Österreich dann gleich. Und ich war dann eigentlich froh in dem Moment. Ich habe mir eigentlich dann gedacht, jetzt endlich kann ich mir wieder aussuchen, wo ich spiele, kann man aussuchen, dass ich ein bisschen mehr Spielzeit kriege, dass ich mehr Spaß wieder dran habe am Fußballspiel und nicht allein wirklich Tag für Tag einfach diesen einen Spielzug, wo ich mich konzentrieren muss, weil ich nicht wirklich in den Gameflow reinkomme, weil ich so wenig spiele. Und das war mir dann einfach wichtig. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, geht es mir jetzt zumindest momentan mental um einiges besser. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, weil das vielleicht für viele nicht so greifbar ist, wie so der Alltag in so einem großen Team ausschaut? Weil du weißt ja, ich habe immer vom Practice-Squad gehört, wie hat der Alltag ausgeschaut? Ja, ich meine, Practice-Squad gibt es nur in der Season. Also außerhalb von der Saison hat man ja einen 90-Mann-Kader, mit dem man trainiert und die dann praktisch in den Vorbereitungsspielen auch irgendwie mehr oder weniger Spielzeit bekommen und dann, um zu schauen, wer wie gut ist. Und dann werden die Entscheidungen gemacht. Natürlich, großteils sind die Entscheidungen eigentlich im Vorhinein, nachdem, wo man herkommt. Ist ja tatsächlich auch relativ offensichtlich, dass das wirklich so läuft. Macht ja auch irgendwo Sinn, dass man sagt, der hat zehn Jahre dort auf dem College-Spiel oder Highschool-Learn auf dem College und so gespielt, spielt seit zehn Jahren. Der spielt noch nicht so lange. Bei mir, glaube ich, haben sie gar nicht gewusst. Also mir ist vorkommen, ein paar Coaches haben gedacht, dass sie Fußball oder Rugby spielen, bis sie das erste Mal auf dem Feld waren. Dann war ihnen schon klar, dass sie Fußball spielen können. Aber das war auch richtig interessant. Also ich glaube, sie kennen wirklich das außerhalb von Europa gar nicht. Aber allgemein, Practice-Squad ist halt eine Erweiterung vom Trainingskader. Im Prinzip, man hat Leute, die mittrainieren das ganze Jahr, die das Programm, das System kennen. Und wenn man Verletzungen hat, kann man sie heraufholen in den aktiven Kader und sie spielen lassen direkt. Man muss jetzt nicht Leute von ganz außerhalb holen und sagen, hey, schau mal, das sind unsere Spielzüge, jetzt spielt sie einfach die Woche gleich. So eine Art Erweiterung vom Kader, sagt man ja eigentlich. Und das ist nur in der Saison. In der Vorbereitungssaison sind es immer diese 90 und dann sind es halt diese 53 plus 15 oder so. Das heißt, man trainiert regelmäßig mit und man zeigt, dass man seine besten Leistungen auch bei einem Training zeigt und hofft dann, dass man eine Chance kriegt. Ja, das auch. Ich meine, es hängt dann mehr mit Verletzungen zusammen in der Saison oder mit der Situation, wo sie gerade Wehen brauchen, weil sich in einer anderen Position verletzt hat. Es hat viel damit zu tun. Dass man sich an den Spot erarbeitet während der Saison ist relativ unwahrscheinlich. Danach habe ich eigentlich sehr selten, eigentlich nie in meiner Zeit jetzt bei den Giants gesehen, dass das passiert. Das ändert sich meistens relativ wenig. Also es gibt viele, die am Trainingsgrad das ganze Jahr dort sind, außer vielleicht, dass sie bei einem Spiel spielen, wo man sagt, jetzt möchte man die Starter raschen lassen, jetzt holen wir die vom Praxisquad mal rauf. Das kann schon passieren, aber im Prinzip, der Tagesablauf ist dann halt nicht unbedingt so anders wie auf dem Rest von der Welt. Ich meine, man trainiert einmal am Tag, man hat ein paar Meetings, man hat Walkthroughs und man hat auch relativ, also meines Erachtens relativ viel frei. Man hat natürlich auch dieses Spiel am Wochenende, wenn man spielt, wenn man nicht spielt, hat man es nicht einmal, da ist man trotzdem halt irgendwie dabei. Und jeder Praxisquad-Spieler ist effektiv 100% im Team. Also es ändert sich überhaupt nichts, außer, dass man am Wochenende ein Training mehr hat und dafür ein Spiel weniger. Also ich meine, das ist der Unterschied. Ansonsten, die restliche Woche schaut genau gleich aus und meiner Meinung nach eben schon relativ viel Freizeit, dass man meistens mindestens einen halben Tag frei hat, macht ja auch nicht wirklich Sinn, 100% jeden Tag 10 Stunden Training zu haben. Das funktioniert ja nicht, nur weil man in der NFL ist, ist der Körper ja nicht anders und ja, so war das ungefähr. Wie ist denn der Unterschied so vom Umfeld, was jetzt, sagen wir mal, Innsbruck betrifft und New York? Das Umfeld ist schon anders, es gibt keine Berge, es gibt halt hohe Häuser, es gibt viel Müll auf den Straßen, aber allerdings auch viel, viel was los ist. Also es ist viel, viel mehr multi-ethisch. Ich meine, jeder kennt New York, erzählen von den Filmen oder so. Es ist nicht immer so, wie es im Film dargestellt wird, also es gibt schon auch, sage ich mal, dunklere Seiten von New York, aber allgemein war es schon ganz cool. Und es ist eben, wie gesagt, es ist immer was los, es ist eine Millionenstadt und dementsprechend ist es auch ein bisschen anders wie Innsbruck, weil Innsbruck ist kaum Millionenstadt. Allerdings ist halt ein bisschen mehr Natur in Innsbruck, die Leute sind ein bisschen anders, teilweise gefühlt weniger fake, sage ich mal. Also finde ich, das ist schon auffällig, dass wenn man Leute trifft, dass sie dann übernett zu einem sind, so im Prinzip, ich weiß nicht, wer das jetzt gerade ist, aber ich möchte irgendwie Connections aufbauen, deswegen bin ich mal voll übertrieben nett. Das finde ich, ist relativ auffällig, aber da gibt es viele, viele Änderungen, was man da so da sehen kann, natürlich auch von der Facility, von den Giants vs. Das wird wahrscheinlich, wie Tag und Nacht sein im Jahr, oder? Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich würde sagen, natürlich, die Raiders haben wahrscheinlich im Vergleich zu Europa eine der besten Football-Einrichtungen eigentlich, kann man sagen. Würde ich schon so sagen, glaube ich. Ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, aber von dem, was ich gesehen habe, glaube ich, ist es ziemlich gut. Vor allem das neue Trainingszentrum, gibt es auch seit, also das hat bis ich nach New York gekommen, will ich noch gar nicht geben. Das ist relativ cool, also ist ein cooles Feld. Ist jetzt für dich quasi ganz neu, oder? Ja, ist nicht ganz neu, ich war ja immer wieder mal einen Monat da oder so, während keine Trainings waren, im Sommer oder im Winter mal, nach der Saison. Da habe ich schon ein bisschen auch drauf trainiert, also für mich ist es jetzt auch nicht ganz neu, aber es ist schon cool, also es ist cool für den Nachwuchs, cool für die zweite Mannschaft, cool für uns auch zum Trainieren. Es ist auch ständig in Verwendung, also Flag Football sieht man die ganze Zeit irgendwelche Turniere dort, also es ist gefühlt irgendwie immer ausgebucht. Es gibt ja auch viele Altersstufen. Das auch und es gibt auch andere Sportarten, es gibt nicht nur American Football, es gibt Flag Football und es gibt auch andere Sportarten, die teilweise drauf trainieren. Ich habe schon Team Schweden drauf gesehen, ich habe schon ein Team aus München, die sind extra hergekommen, um da zu trainieren. Also es ist schon ganz cool und natürlich auch der Kraftraum ist ganz gut, die ganzen Radiospieler haben normalerweise auf das Invibe, auf das Gym, wo eine Sauna ist, wo alles mögliche dabei ist, was technisch gesehen mehr ist, als was bei den Giants hat. Natürlich bei den Giants ist halt alles auf einem Punkt, das ist wirklich alles privat auch. Man trifft jetzt nicht irgendwelche Leute von der Straße dann im Gym, das geht natürlich auch nicht dort. Und man hat dann statt einem Feld noch, hat man drei Felder draußen und man hat sogar noch ein Feld, das überdacht ist, falls es draußen kalt oder regnerisch oder schneit oder sowas. Das sind halt die Unterschiede. Aber allgemein würde ich jetzt nicht unbedingt viel vermissen, was jetzt da nicht da ist an Trainingsmöglichkeiten, was man schon dort hat. Es gibt halt ein paar Sachen, die einfach sehr viel kosten und sehr wenig extra Wert haben, die es halt dort trotzdem gibt, weil Geld einfach keine Rolle spielt. Ja. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, quasi auf deinen Weg zu den New York Giants, du bist ja über das International Pathway Program, das ist von der NFL, oder? Bist du dort hingekommen? Wie ist denn das? Ja, das habe ich schon auf der Senderdrauma. Das ist alles kurz erzählt. Die scouten Leute weltweit und schauen halt nach Footballspielern, die nicht aus der USA sind. Teilweise eigentlich sind auch Spieler dabei, die schon in den USA gespielt haben. Also es ist ein bisschen schwammig, das Ganze. Aber im Prinzip ist es das Ziel, Leute nach Amerika in die NFL zu holen. Da haben die besten Athleten möglicherweise vom American Football, teilweise auch neben uns die Athleten, die noch nicht Football gespielt haben, für die es noch extrem schwierig ist. Rugby-Spieler haben sie schon mal probiert und so weiter. Okay. Was meines Erachtens schwierig ist, aber das ist halt mehr Experiment dann als, wie sagen wir mal, wissenschaftlich sinnvoll. Aber hat ja teilweise funktioniert, also von dem her war es ja cool. Aber eben, ich war damals 2020 einer von 50, die sie praktisch gescoutet haben und eingeladen haben. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sie anschauen, aber sie laden in der Regelung die 50 ein zu so einem Testing, wo man halt schaut, wie schnell, wie stark und so weiter, wie explosiv ist man. Und dadurch, dass ich bei den Raiders natürlich über die letzten 17 Jahre davor schon sehr viel Training gemacht habe und immer sehr, sehr gut war natürlich auf den Bereichen und selber viel getan habe, habe ich schon gewusst, dass meine Werte, meine Werte waren wirklich Top 5 in der NFL oder so. Und das war natürlich auch der Hauptgrund, glaube ich, warum sie mich dann wirklich eingeladen haben, weil sie gesagt haben, hey, der ist so athletisch, der spielt seit 17 Jahren, hat sehr viel Erfolg gehabt. Von dem her macht es ja auch Sinn, dass sie mich eingeladen haben. Ich war dann auch in Florida zum Training für zwei Monate, haben dort noch einmal ein Testing gehabt und sind dann wieder heimgeflogen während der Corona-Zeit und dann aufgenommen worden von einem Team, wenn man Glück gehabt hat. Also nur vier von den 50, wahrscheinlich sind aufgenommen worden und 50 waren ja auch schon ein Bruchteil von denen, die sie am Anfang angestellt haben. Also man muss sich schon irgendwie durchsetzen, aber in meinem Jahr ist es relativ, also für mich zum Beispiel gut gegangen, weil ich rein athletisch natürlich halt on the top war irgendwie und auch schon länger Fußball gespielt habe. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass der Tempounterschied halt doch wahrscheinlich gegeben ist oder es war für dich weniger ein Problem, weil du einfach athletisch auch top bist? Ja, rein vom Selbstbewusstsein habe ich auch schon gewusst eben, wenn ich jetzt sage, okay, der und der, was mehr oder weniger am besten ist auf meiner Position in der NFL, von allen Teams, ist halt so und so viel vielleicht sogar langsamer bei dem Drill. Und bei dem Drill und da ein bisschen schwächer gewesen, da denke ich mir, vielleicht ist er jetzt in der NFL besser geworden, das mag schon sein, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich in der NFL gekommen bin, waren meine Werte teilweise besser. Und dann habe ich einfach gedacht, warum sollte ich das dann nicht machen? Also ich habe seit 70 Jahren Fußball gespielt, ich habe sehr, sehr, sehr viel Erfahrung, in dem Sinne mehr als die Amerikaner jetzt meinen würden, dadurch, dass ich doch auch amerikanische Coaches Cup habe und die ganzen Spielzüge sind im Prinzip die gleichen. Also von dem her habe ich schon gewusst, das werde schon hinhauen. Ich bin jetzt da nicht drüber gegangen, da war voll eingeschüchtert und habe gedacht, das wäre das schwierig. Ich habe gedacht, ich muss einfach einen Weg finden, wie das funktioniert und ich glaube, ich habe es auch gut gemacht. Aber letztendlich bin ich dann eben nach New York, habe dann mein Ding gemacht und habe dann, finde ich, auch am Feld gezeigt, also in den Trainings sowohl als auch in den Spielen. Also Trainings sieht man ja auch öffentlich nicht wirklich, das sieht man nur innerhalb vom Team. Die Spiele sieht man natürlich auf der ganzen Welt und die paar Spielzüge, die ich gehabt habe, glaube ich, waren gut und von dem her war ich sehr zufrieden. Und letztendlich muss man auch, man kann, man sagt in einem Fall eigentlich immer, control what you can control, also das ist im Prinzip, man kann nur machen, was man machen kann. Man kann sich nicht Gedanken darüber machen, wie viel Spielzeit man kriegt oder aufregen über Dinge, die man nicht selber in der Hand hat. Also das habe ich eigentlich ziemlich gut eingehalten. Klar ist es immer wieder mal frustrierend, wenn man sagt, hey, ich bin ja schneller als der, kann das besser im Training wie er, warum gibt es mal keine Chance im Spiel, das ist ein bisschen schwierig. In den Special-Teams auch, da ist ja viel dahinter, wie das entschieden wird, aber letztendlich muss man das einfach irgendwie ausblenden, weil das macht ja eigentlich, das frustriert einen nur und das bringt einen eigentlich nicht weiter im Leben. Also man muss sich eigentlich auf die Sachen konzentrieren, was man machen kann und was einfach wichtig sind. Ist es vielleicht auf deiner Position, also Running Back, besonders schwierig, sich durchzusetzen, weil es dann nur, ja... Man kann schon so sagen, also rein von den Erzählungen her und so, ist es schwierig, aus mehreren Gründen natürlich, einerseits nur durch die Herkunft, wo ich her bin, die Tatsache, dass man mich nicht kennt von da, dass, wer mit dem Ball läuft, was da der Running Back prima macht, das erforderst halt sehr viel Stolz, auch fürs Team, da geht es immer noch um eine Vorblockkrise, oder was anderes als jemand, der was mit dem Ball läuft. Und es gibt natürlich auch, man kann auch dazu sagen, in den USA natürlich die besten, also die Spieler, die am besten mit dem Ball laufen können, die Leute aussteigen lassen können, Ball fangen und so weiter, die schnell sind, die sind in der Regel Running Backs natürlich. Die werden von klein auf als Running Back aufgezogen, wie es auch bei mir der Fall war, das war ja nicht anders. Und demnach hat man die besten Ballträger dort auf der Position und da gibt es eben sehr viele in so einem großen Land. Und demnach kann man schon sagen, dass Running Back wahrscheinlich eine der schwierigeren Positionen ist. Ich würde sagen, Quarburg ist wahrscheinlich am schwierigsten. Running Back ist wahrscheinlich auch noch oben mit dabei, bei den schwierigen Positionen zu schaffen in der NFL. Natürlich vor allem, wo ich herkomme, aber für mich war das wurscht. Also für mich ist Running Back die Position, wo ich immer am besten war. Ich kann auch andere Positionen spielen, habe im Nachwuchs gemacht, habe im National Team damals gemacht, habe ich auch bei den Raiders immer wieder ziemlich anders eingesetzt, was halt Sinn macht für das Team auch. Aber rein vom, wo ich sagen würde, auf NFL-Niveau kann ich nur als Running Back mithalten. Und kann ich schon mithalten als Running Back, aber ich würde sagen, ich kann nicht auf NFL-Niveau einfach ein bisschen Receiver spielen, ein bisschen da links, rechts spielen. Das ist dann wieder schwieriger. Das habe ich ja in Europa schon gemacht, dass ich, wie gesagt, mehrere Positionen gespielt habe. Aber drüben geht wirklich nur die Position, die ich am besten kann. Und das ist halt in meinem Fall auch der Running Back. Ja klar. Und es gibt halt nur einen, oder, am Feld? Es gibt in der Regel nur einen am Feld. Man kann auch mal zwei aufdauen, bei gewissen Formationen, machen die meisten Teams aber nicht. Also es gibt tatsächlich vier am Team oder so. Also insgesamt sind es vier mal 32, seien 128 Running Backs ungefähr, die so an dem Team sind. Vielleicht nur einer jeweils am Trainingskader, dann sind wir bei den 150 circa. Und ich bin einer davon dann in dem Fall gewesen. Und ich bin aber auch ständig eigentlich der Meinung gewesen eben, dass, es mag sein, dass es vielleicht 20 bessere gibt oder vielleicht 30 bessere. Aber ich wusste, es gibt gar noch 100 bessere Running Backs auf dem Niveau. Zumindest nicht, was ich gesehen habe. Aber das ist natürlich dann nicht in meiner Dinge, das zu entscheiden. Weil du es angesprochen hast, das mit der Herkunft ist auch ein großes Thema, wie ich es verstanden habe, was auch die Vermarktung quasi betrifft, oder? Das heißt, wenn die jetzt nicht interessiert sind am deutschsprachigen Raum oder am österreichischen Markt, dann macht es für die weniger Sinn, sagen wir mal ein österreichisches Spiel einzusetzen, oder? Ja, so habe ich lange nicht gedacht. Das habe ich erst dann am Ende im letzten Jahr, wo ich so ein bisschen mit ganz vielen Leuten, also praktisch, es gibt ja hunderte von Leuten, die bei den Giants arbeiten. Und teilweise auch für Vermarktungsleute, Leute, die Assistant, General Manager und so Positionen haben. Und von den Hauptpositionen habe ich ja nicht viel rausgebracht. Die haben alle gesagt, ja, ich habe es super gemacht und so. Aber die haben jetzt überhaupt kein einziges Wort gesagt, so, ja, wahrscheinlich wegen dem und dem geben wir da jetzt keine Chance oder so. Oder deswegen kriegst du so wenige Spielzüge. Das ist mir ja nie gesagt worden. Und deswegen habe ich halt ein bisschen umgefragt und geschaut, halt irgendwie, irgendwer muss man irgendwas sagen. Und eine wirkliche Antwort, 100 Prozent, weiß ich noch nie, weil die anderen können auch nur spekulieren, so ein bisschen, weil sie halt in den Meetings sitzen und so. Aber das ist mir halt gesagt worden, dass das viel ausmacht. Und ich habe ja schon, ich bin vorher schon bewusst, bevor ich in die NFL gegangen bin. Ich bin ja, es mag sein, dass ich der erste Running Back war aus Europa, der erste, der noch nicht mal College-Football gespielt hat. Was halt neu war für drüben natürlich. Und was neu ist, ist immer schwierig. Weil man glaubt halt an das, was bisher funktioniert hat, dass das weiterhin funktioniert. Für mich war es aber wurscht. Ich denke mal, wenn es dann immer gibt, der zum ersten Mal macht, dann bin ich es. Und als Running Back eben, es war dann letztendlich so, dass ich eben gewusst habe, es hat vielleicht den Moritz Boehringer gegeben. Es hat den Anthony Dablet als Receiver mal gegeben, aus Frankreich, also der Boehringer ist ja aus Deutschland, die alles gute Athleten waren. Und in meinen Augen habe ich immer gedacht, das gibt es ja nicht, dass die nicht unterkommen an den aktiven Teams. Das gibt es ja nicht, weil ich habe immer gedacht, die sind gleich gut wie die oder besser. Und inzwischen kann ich es mir jetzt eigentlich selber beantworten, dass es wahrscheinlich bei denen ähnlich gelaufen ist wie bei mir, dass einfach andere Dinge eben nicht unbedingt 100 Prozent passen. Und ich glaube aber, dass es weiterhin sich bessern wird. Also ich glaube, dass es jetzt schon besser wird, dadurch, dass die NFL ein paar Spiele in Deutschland hat und jetzt auch eben rein marketingmäßig da mehr Interesse hat. Zumindest manche Teams haben das und denken sich vielleicht ja, wenn wir einen Spieler, ein Team haben, der was dann in Deutschland spielt und er ist aus Deutschland, dann kriegen wir da mehr Fans und Zuschauer und es macht irgendwie mehr Geld. Und in der NFL geht es ja schon ums Geld. Und andererseits muss man halt sagen, es ist schwierig natürlich, wenn ein Spieler aus den USA kommt, aus dem College, wo jeder schon den kennt, den zuschaut und so weiter. Der bringt natürlich immer mehr Einschaltquoten als ein Spieler aus Europa, außer man spielt in Europa. Und demnach ist es dann halt schwierig bei Teams, die nicht in Europa spielen, dass man da auch wirklich viel rein Marketinginteresse bekommt. Kann man schon so sagen. Ist das jetzt frustrierend? Ja und nein. Man kann es nicht beeinflussen. Also ich bin in der Zeit geboren, in der ich geboren bin. Ich habe das gemacht, was ich machen konnte. Ich kann mir jetzt nicht denken, wäre es nicht cooler, erst in 100 Jahren vielleicht, wenn es dann anders ist. Oder vor 100 Jahren oder sonst immer. Oder wäre es nicht fein in den USA geboren worden. Also die Dinge kann man nicht ändern. Und ich glaube, es ist auch gut so. Also rein für mein ganzes Leben, glaube ich, würde man nicht wünschen, in Amerika geboren worden zu sein. Also ich bin die ganze Zeit. Ich treffe manchmal Leute in der Stadt, die ich natürlich nicht kenne, aber die mich halt auch kennen. Und dann fragen solche, wie ist es wieder da zu sein? Ich habe gedacht, du bleibst jetzt drüben oder sowas. Und ich meine, ich gehe nicht immer Vollgas drauf ein oder erzähle die ganze Story. So viel Zeit habe ich gar nicht. Aber ich habe nie, also es war nie der Gedanke, drüben zu bleiben. Also es war wirklich, dass ich nur ums Football gegangen. Ich wollte da einfach auf dem höchsten Niveau spielen. Aber es war immer bewusst, dass ich wieder zurückkommen will. Und das hat es ja eigentlich bestätigt in der Zeit, dass ich dort bin. Ich will eigentlich keine Familie drüben haben. Ich bin lieber da. Und vor dem her bereue ich es auch nicht, da zu sein. Also die Tatsache, dass ich Österreicher bin, dafür schäme ich mich nicht. Und dafür bin ich eigentlich stolz drauf. Und ich habe eigentlich auch das Ganze irgendwo genossen als Underdog, oder? Dass ich wirklich weiß, jeder denkt, dass ich nicht einmal wirklich Football gespielt habe. Sie denken, dass wir in Europa nicht Football spielen können, dass wir live Fußball spielen. Und das ist irgendwie ganz cool, wenn man so ein bisschen dieses Gefühl hinter sich hat, dass man weiß, sie unterschätzen einen halt sehr. Und ich glaube, ich habe schon, auch wenn ich es letztendlich nicht auf einem aktiven Kader in der Saison geschafft habe, ich habe einige gute Spielzeuge gehabt. Ich war dort und ich glaube, ich habe genug Mitspieler und Trainer, also mindestens über 200 Spieler habe ich ja gehabt in der Zeit, die an den Giants waren. Es wechselt erst sehr, sehr, sehr schnell drüben. Und auch einige Trainer, die, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen, also zumindest ihr Mindset ein bisschen geändert haben und ein bisschen gesehen haben, okay, wir sind nicht die Anzeigen, was wir spielen können. Und ich glaube, das habe ich bewiesen. Das heißt, in der Zukunft, soll es vielleicht für österreichische Talente einfacher sein, mal in der NFL Fuß zu fassen? Das wäre schon auch das Ziel, ich hoffe es schon. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen für die zukünftigen Generation, eventuell für mich selber nochmal. Oder eben, es geht immer um das große Ganze. Ich glaube, wenn es nur um sich selber geht und man sagt, ich möchte nur meinen besten Erfolg haben, ganz egal, was die Zukunft macht, ich glaube, dann hat man schon verloren. Also es geht nicht nur an uns selber, es geht um das große Ganze. Und wenn ich viel Futbol mehr erreichen kann, wenn ich Futbol größer machen kann, wenn ich Österreich größer machen kann, wenn ich den Nachwuchs und alles Mögliche habe, wenn ich da irgendwas erreichen kann, dauerhaft, dann ist das viel mehr wert als der eigene Erfolg, dass ich sagen kann, hey, ich bin in der NFL gespielt, aber Österreich liegt jetzt, also sie brennt jetzt, weil es kein Futbol mehr gibt in Österreich, weil ich da irgendwie alles verschissen habe oder so. So ist es ja überhaupt ganz im Gegenteil. Also ich glaube, es ist sehr, sehr groß gewachsen seitdem. Und auf das bin ich eigentlich mehr stolz als auf meinen Erfolg drüben, dass das Football gewachsen ist. Auch dadurch, dass ich einer der Spieler war, die rübergegangen ist, die rübergegangen sind und auch für Österreich früher viel Leistung gezeigt habe, für die Radars und so weiter und jetzt auch wieder haben kann hoffentlich. Also das ist schon wichtig und ich glaube, das ist das Gefühl und das kennt ja jeder. Ich habe ja noch keine Kinder, aber ich glaube, das Gefühl einfach jemandem etwas weitergeben zu können und zu sagen können, ich habe irgendwie andere Leute beeinflusst und denen mehr Spaß an irgendwas geben oder mehr Talent oder mehr mitgeben von irgendwas. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Apropos, du hast es angesprochen, Familie bei euch. Dein Bruder spielt auch seit über 20 Jahren im Football. Deine Schwester ist als Cheerleaderin aktiv und der Papa ist auch Football fanatisch. Bei euch ist das eine volle Familiensache, oder? Ja, schon. Es hat angefangen damals, dass der Dipplinger Daniel, der jetzt noch beim Flag-Football sehr aktiv ist in Tirol, der war damals Nachwuchstrainer bei den Radars und ist jetzt auch, glaube ich, Lehrer nebenher, hat sich also praktisch bei den Radars ein bisschen distanziert, macht jetzt seine eigenen Sachen eher, aber war damals ein super Coach, also ist immer noch ein super Typ, mit dem ich viel Kontakt eigentlich noch habe. Und der war damals der Nachbar von meiner Oma, wo er Nachwuchstrainer war und hat damals gesagt, ich glaube, ich war vier Jahre alt, mein Bruder war sechs Jahre alt und hat gesagt, eure Kinder sind auch richtig athletisch, kommen sie mal zum Football-Training vorbei. Und dann sind wir alle vorbeigekommen und der Bruder hat angefangen, ich habe dann zwei Jahre drauf angefangen und der Papa war, glaube ich, dann auch schon verliebt in den Sport. Und von dem her war Football seitdem eigentlich immer das Hobby Nummer eins für mich, das war dann eigentlich klar. Ja, jetzt kommen wir wieder in die Gegenwart quasi. Du bist jetzt wieder bei den Swako Raiders Tirol. Ja, wie schaut deine Vorfreude auf die kommende Saison aus? Die Raiders sind jetzt zum ersten Mal in der EFL, oder? Genau, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Zu meiner Zeit haben wir nur in der EFL gespielt. Man kann eigentlich sagen, die zwei besten Teams aus der österreichischen Liga von damals haben sich jetzt nochmal aufgerüstet mit ein paar von den anderen Teams, aber sehr guten Spieler, also von den anderen Teams in der österreichischen Liga. Sie sind praktisch als zwei Top-Teams jetzt in die nächste Liga gegangen, in die ELF, also die europäische Liga-Football, wo jetzt eigentlich, man kann sagen, die besten Spieler in Europa spielen auch die besten Teams. Also wirklich sehr, sehr viele Länder, die dabei sind. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber ich glaube, 17 Teams sind es. Und die österreichische Liga gibt es ja nach wie vor. Ist halt jetzt inzwischen mehr, seit den letzten zwei Jahren, mehr zur Aufbau-Liga jetzt worden. Also wirklich, die österreichische Liga ist ja auch nicht schlecht. Da spielen immer noch viele gute Spieler, junge Spieler auch, die sich da praktisch beweisen können. Und wo dann die besten Spieler von der österreichischen Liga dann schon, glaube ich, als Ziel haben, in die ELF aufzusteigen, dann möglicherweise zu einem von den zwei österreichischen Teams, die in der ELF spielen, die Raiders und die Vikings oder sogar irgendwelche anderen Teams. Das heißt, in der österreichischen Liga spielt jetzt quasi jedes zweite Team. Kann man das so sagen? Kann man schon so sagen. Es ist natürlich ein bisschen aufgerüstetes zweites Team, wo jetzt mehr Wert draufgelegt wird, weil es doch die höchste österreichische Liga ist, wo viel dahinter steckt, wo man jetzt schon auch Amerikaner hat. Also man hat auch tatsächlich, für die Amerikaner ist es ja auch interessant, dass in der ELF vier spielen dürfen. Ich glaube, bei der Eifel dürfen zwei spielen. Und in der europäischen Liga darf man auch nur sechs Europäer haben und der Rest muss Österreicher sein. Also für ein deutsches Team müssen es dann der Rest Deutsche sein. Da würde ich als Österreicher zum Beispiel als europäischer Spot zählen. Und eben, es kommen halt manche Amerikaner daher, manche Imports, die man praktisch recruitet und die dann zu den Raiders kommen und manche spielen dann in der AFL zwei und vier spielen in der ELF. Und das ist halt dann natürlich irgendwie separat. Es gibt unterschiedliche Coaches natürlich, unterschiedliche Entscheidungsträger, wer dann wen holt. Ich glaube aber, dass oft dann natürlich auch die Amerikaner irgendwie das Ziel haben, so in der AFL gut zu spielen, dass sie sich dadurch auch für die ELF empfehlen können. Also praktisch, dass das Team sagt, okay, wir holen die in der AFL und wenn dann irgendwie da gut spielst, vielleicht kommst du dann ja drauf zu unserem ELF-Team. Also es ist ganz interessant, wie das läuft. Im Prinzip eh ähnlich, wie man so sagen kann. Da gibt es Nachwuchs-Football, so wie Highschool in den USA, dann AFL für College-Football in den USA und dann nach dem College kommt die NFL und das ist halt die ELF jetzt da. Wie schätzt du die Chancen in der ELF ein von den Raiders? Ich denke sehr hoch, also ich glaube, wir haben sehr viel Talent am Team. Ihr wart ja letztes Jahr im Finale oder so? Ja, letztes Jahr waren sie im Halbfinale. Im Halbfinale, okay. Ich habe schon mehrere Spieler gesehen, ich glaube, zwei oder drei waren es vielleicht live, wo ich wirklich in Innsbruck war und es gesehen habe. Und ich glaube, dass das Team heuer nochmal besser ist. Einiges, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie die anderen Teams alle drauf sind, aber ich glaube, dass wir schon sehr gut ausschauen werden. Vor allem, wenn wir auf das Potenzial spielen, das wir haben. Wir haben ein paar Amerikaner hergeholt, die wirklich sehr gut ins Team passen. Von der Art her ist es ja immer sehr wichtig, dass man Spieler findet, die nicht nur gut am Feld sind, sondern auch auf der Field wirklich mit dem Team zurecht kommen. Weil jeder spielt irgendwie dafür gute Experience. Für das, dass es einfach Spaß macht, Football zu spielen, dass man ein cooles Team hat, einen coolen Zusammenhalt. Das ist meiner Meinung nach eigentlich einer der größeren Unterschiede zu NFL. Darüber geht es ja eigentlich nur mehr um Geld als um das Wohl der Spieler. Und man merkt schon den Unterschied. Es macht schon mehr Spaß und jeder ist voll im Team dabei. Und ich glaube, dass es eine coole Saison werden kann. Und ich glaube auch, dass es eine erfolgreiche Saison werden kann, beides. Ihr habt ja einen neuen Quarterback, oder? Genau. Den Christian Strong, oder? Jawohl, aus Kanada. Aus Kanada. Wie läuft es mit dem? Kann er in die Fußstadt vom Stornschelten treten? Das wird sich zeigen. Ich glaube schon. Er hat gut trainiert. Ich denke, er schaut gut aus. Auch von der Art her passt er perfekt ins Team. Also einer der nettesten Menschen, die man so kennen kann. Passt super rein. Und ist auch motiviert drauf. Ich glaube, er schätzt die Radar sehr. Er ist sehr froh, dass er da ist. Das merkt man auch. Und auch Jarvis McClam, das Receiver, der sehr gut ist. Noch zwei DBs, die auch gut ausschauen. Und der Rest der Kader ist mit einem recht viel heimisches Talent. Ich glaube, wir haben unter den Teams rein vom heimischen Talent, jetzt auch mich ausgeschlossen, sicher eines der Top-Teams rein vom heimischen Talent. Und dann kommen halt noch ein paar gute Amerikaner dazu, ein paar gute Europäer. Ich glaube, dann rein vom Talent her sind wir schon ziemlich gut. Wie schaut es eigentlich dann mit dem Trainingsausmaß aus? Weil es ja sicher ein Unterschied ist auch, oder? Ja, für mich war es eigentlich mehr. Also abgesehen davon, dass ich mehr Spielzüge kriege, natürlich, weil ich jetzt mehr Einsatzzeit habe. In der NFL trainiert man nie mehr als fünfmal die Woche eigentlich. Also maximal zwei, drei Trainings in Folge, dann mal Pause, dann vielleicht nochmal zwei und dann wieder Pause. Dann sind es sieben Tage maximal. Also maximal fünf Trainings in sieben Tagen, davon glaube ich auch in der Regel nicht jedes Vollgas. Also da fährt man ein bisschen runter, weil es einfach auf höchstem Niveau Vollgas geben, tut man sich schwer. Das ist einfach bei erwachsenen Leuten ist das so, bei Kindern geht das auch noch ganz gut. Aber bei Erwachsenen ist das so, da gibt es wissenschaftliche Daten. Dann hat man drüben GPS halt drin, dass es genau gemessen wird. Ich glaube, das ist auch ein riesen Unterschied zu da, dass man natürlich jetzt nicht beim Training hinten ein GPS drin hat. Das misst, wie schnell und wie weit man läuft im Training, wie viel Richtungswechsel man hat und so weiter. Aber das kostet auch extrem viel, wenn man das macht natürlich. Demnach macht man es jetzt da noch nicht. Aber es ist schon interessant, dass das einfach ein bisschen anders läuft von dem her. Ich würde aber eben sagen, dass wir jetzt sechsmal die Woche trainiert haben über die letzten ungefähr vier Wochen. Es ist eigentlich technisch gegen mehr am Feld, als man in der NFL eigentlich in einem Feld verbringt. Natürlich oft, man hat viel weniger Meetings, man hat viel weniger einfach Stunden, wo man einfach Walkthroughs hat, wo man durchspaziert die Spielzüge, dass sie ja jeder versteht. Einerseits, weil die Leute natürlich teilweise auch gebildeter sind, gefühlt, dass sie einfach die Spielzüge schneller lernen. Dass man vielleicht nicht ganz so kompliziert spielt oder nicht ganz so ins Detail reingeht. Und das einfach ein bisschen anders gemacht wird. Und von dem her, also rein vom Training her ist schon sehr viel. Und es gibt ja auch, momentan glaube ich, gibt es nicht viel nebenher zu machen. Aber man hat ja auch immer die Möglichkeit, nochmal extra aufs Feld zu gehen, ein paar Läufe zu machen, wenn man möchte. Wie würde mich deine Meinung interessieren zum Football in Europa? Wie sich der deiner Meinung nach entwickelt hat? Weil ich schon das Gefühl habe, in den letzten Jahren hat es schon einen riesigen Boom ergeben. Ja, ich denke auch. Also wo ich hergekommen bin, jetzt wirklich über längere Zeit, war es schon auffällig für mich, dass ich sage, wo ich gegangen bin nach New York, war es schon eine Spur anders. Also abgesehen davon, dass es das Trainingszentrum noch nicht gegeben hat. Ja, und wir haben noch keine drei Teams gehabt. Damals waren erst noch das zweite Team und das erste Team. Jetzt gibt es schon ein drittes Team inzwischen mit dem, was wirklich einmal die Woche spielen und trainieren und Bier trinken und so. Also mehr Spaß, nicht unbedingt auf höchstem Niveau. Aber es macht auch Spaß. Das zweite Team ist schon auch auf einem hohen Niveau und trainieren und spielen auch auf dem Football-Zentrum, was richtig cool ist. Das hat es damals auch noch nicht gegeben. Da hat man für das zweite Team noch nicht wirklich ein Heimstadion gehabt, weil das Team wahrscheinlich zu groß für das zweite Team gewesen ist. Das ist auch cool. Die Fans, glaube ich, sind mehr geworden. Ich war letztes Mal Schiedsrichter auch auf dem Football-Zentrum beim Flag-Football. Aber es gibt fast, ich glaube, 96 Klassen oder so mitgemacht. Also fast 100 Klassen mit jeweils, ich weiß nicht, 20 Kindern oder so, haben beim Turnier mitgemacht. Und das ist halt schon extrem viel natürlich. Das waren natürlich nur die sechs Besten, glaube ich, von jeder Altersstufe irgendwie bei der Meisterschaft. Du kannst schon jetzt 96 Teams am gleichen Feld spielen haben. Das geht es auch nicht aus. Aber da gibt es diese Vorausscheidungen und so. Also es ist schon ziemlich groß geworden. Flag-Football ist gewachsen. American-Football ist gewachsen. Die Fanbasis, also mehr Fans. Ich denke, das Zuschauerinteresse ist einfach wahnsinnig groß mittlerweile. Wenn man das jetzt mit dem Fußball zum Beispiel vergleicht in Tirol, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ja, ich meine, man kann schon stolz irgendwie drauf sein als Fußballer. Dass in Tirol Football wirklich auch, glaube ich, inzwischen ein Aushängeschild ist. Und dass Tirol nicht das Gleiche wie ohne Fußball momentan. Dadurch, dass man klar Skifahren im Winter ist so wichtig, aber im Sommer ist Fußball schon recht groß. Und ich glaube, das soll auch so sein. Wir haben wirklich gute Spieler da. Österreich ist immerhin im U19 Level in Europa ungeschlagen seit 2011. Ich bin damals 2013 und 2015 Meister geworden. Also wir sind im Nachwuchs wirklich sehr gut in Österreich, in Wien und in Innsbruck. Und in Innsbruck gibt es halt nicht so viel drumherum wie in Wien. Das hilft natürlich, dass einfach Fußball dann eine größere Rolle spielt einfach. Und ja, ich finde es cool. Also ich hoffe, dass es noch weiterhin wächst. Ich finde, es hat das Potenzial dazu, zumindest in Innsbruck noch weiter zu wachsen. Und dass man da richtig was Cooles aufzieht. Und ich glaube, die Saison wird das auch zeigen. Ich bin gespannt, wie viele Leute dann ins Stadion kommen. Ich hoffe, es wird so voll wie möglich. Und ich glaube eben, dass jeder Fan da relativ viel zu bieten bekommen wird. Ja. Was mich jetzt noch interessieren wird, weil du eben gesagt hast, du würdest schon gerne einmal in Innsbruck gehen, oder? Wenn es möglich ist. Wie schaut denn da ein möglicher Weg aus bei dir? Ja, ich sage mal so, es ist nicht unbedingt etwas, was ich jetzt 100% auf das hier gehen werde. Also ich mache mein Studium weiter. Ich rechne damit, dass nicht nochmal was kommt, so wie ich es damals gemacht habe. Ich meine, ich habe damals nie gerechnet damit, dass der NFL mich aufnimmt als erster Österreicher. Das ist so unwahrscheinlich gewesen. Und ich mache auch weiter, nehme ich mein Studium weiter, schaue, dass ich mit dem Leben einfach weiterkomme. Das habe jetzt drei Jahre irgendwie passiert, weil ich halt nicht wirklich da war, wo die meisten Kollegen sind, die Familie, die Freundin und so. Das war alles immer ein bisschen schwieriger, aber ich habe es im Prinzip auch dafür aufgegeben, weil ich halt praktisch meinem Traum irgendwie gefolgt bin. Wenn jetzt nochmal ein Team kommt, die sagen, hey, wir geben dir nochmal eine Chance, spielt bei uns eine Vorbereitungssaison, vielleicht schaffst du das Team oder so, dann wäre ich blöd, wenn ich es ablehnen würde. Das ist realistischerweise schon irgendwie möglich. Die Wahrscheinlichkeit, wie hoch es passiert, weiß ich nicht. Aber ich versteife mich nicht so sehr drauf. Solange ich Fußball spielen werde, werde ich Gas geben. Ich werde jetzt nicht einfach sagen, jetzt bin ich wieder in Österreich, jetzt trinke ich allein mehr Bier und trainiere nicht mehr hart, sondern tut mir zum Spaß ein bisschen Ball schupfen am Feld. Das werde ich nicht tun. Also wenn ich spiele, dann spiele ich schon gescheit. Und was sich dann ergibt, das wird sich ergeben. Die Saison stellt jetzt vor der Tür, oder? Wann ist euer erstes Spiel oder wo? In München am 4. Juni ist das erstes Spiel. Und dann ist das erste Heimspiel am 17. Juni in Innsbruck. Ich glaube am Samstag, glaube ich, 18 Uhr oder so. Also die Plakate jetzt schon gesehen. In Innsbruck sind schon überall aufgehängt. Also in vier Wochen ist das erste Heimspiel dann in Innsbruck. So, alle Interessierten gleich in den Kalender eintragen. Es geht wieder los. Jawohl. Sandro, ich habe für dich noch eine Abschlussfrage. Das ist gewissermaßen unsere Standardfrage. Nämlich die nach dem Lieblingsplatz in Tirol. Was ist denn dein Lieblingsplatz in Tirol? Ja, da habe ich viele. Ursprünglich war es mein Lieblingsplatz da drüben draußen beim Flughafen, wo ich jetzt auch öfters wieder war als bei dem Wetter natürlich. Am Inn entlang, da gibt es ja dieses, in der Hochwasser hat da mal mehr oder weniger Sand angetrieben. Und seitdem ist mehr oder weniger Strand eigentlich. Ganz draußen. Gegenüber vom Zitt da drüben. Ja. Und ist auch in der Nähe von da, wo ich wohne. Also da fahre ich mit Radle immer vorbei. Und dann habe ich früher eigentlich angefangen, im Matura, glaube ich, dass ich einfach mal Eisbad mache. Also ich stelle mich dann innen rein, ins kalte Wasser. Das ist für die Recovery gut, für die Beine und so. Mir ist vielleicht mehr gesund und ist auch fein an heißen Tagen. Kann auch, wenn man will, ein bisschen Sonne liegen oder so. Oder man trifft sich mit Kollegen oder so, die dann mitgehen. Das hat sich immer auch zum Ritual eigentlich geworden. Es hat dann schon eine zweistellige Zahl von Spielern gegeben, die das auch dann mitgemacht haben, weil es einfach cool ist, weil es extrem schön ist draußen und einfach auch gut für den Körper ist, wenn man da ein bisschen Eisbad macht. Und das würde ich schon als mein Lieblingsbarzel bezeichnen. Aber es gibt viele andere Plätze, die sich qualifizieren würden dafür. Okay. Die bleiben geheim? Ja, die bleiben geheim. Okay. Jawohl. Ja. Danke fürs Kommen nochmal, Sonno. War sehr interessantes Gespräch, wirklich. Ja. Danke für die Einladung, Thomas. Und ja, viel Erfolg bei der anstehenden Saison. Danke vielmals und ich hoffe, wir sehen uns im Stadion. Jawohl. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke fürs Dabeisein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.de slash Tiroler Stimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag erbraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at slash Tirol und in der Printausgabe der Bezirksplatte Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region. Monat Salon